Achtung, Achtung! Zivilist auf dem Deck! Ich bin Cerberus. Es ist meine feierliche Pflicht, die Bewohner von Underworld vor allen Gefahren zu schützen. Seien es fremde oder lokale Gefahren. Ja, ich bin der Wachhund. Hier leben nur friedliebende Gule. Ihre Engstirnigkeit lassen sie besser vor der Tür. Sie sind wie Menschen. Sie fühlen, sie leiden, sie bluten. Sie verdienen dieselbe Liebe und denselben Respekt wie jeder andere Mensch auch. Vergessen Sie das nicht. Jedenfalls haben Sie mich programmiert, das zu sagen. Ich persönlich denke, Sie sind ein Haufen verwesender Wadenzüchter. Und ich würde Sie alle zurück zur Hölle schicken. Verdammte Kampfsperre! Negativ. Ich wurde programmiert, stets vor Ort zu bleiben. Im Falle feindseliger Aktionen reagiere ich mit tödlicher Gewalt. Los, Underworld! Los! Gule! Juhu! Verdammtes Weichei-Zombie-Programm! Hey! Aufhebung der Kampfsperre erfasst! Geschütze einsatzbereit! Feuer frei! Willkommen in der Hölle, ihr Zombie-Freaks! Feuer have shot! Dürfen Sie alle! Kastgeist! Huh! Huh! Wäldig werde ich in der Hölle an! Huh! Huh! Für die Achtfeuer des Moods! Herr, das ist doch so, dass du siehst! Hoh! 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 Heutige Folge? Flucht aus Paradise Falls! Wir haben irgendwelchen Neunigkeiten gehört! Verrauen Sie mir, Boss! Untertitelung des ZDF, 2020